Hallo liebe Menschen, heute geht es um die hier, um die Eier und die Hühner. Das ist der Triathera Video Blog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und so bunt können Eier auch aussehen, wenn man so eine wilde Rassemischung hat, wie Sandra, unsere Freundin und Mitarbeiterin, die Hühner hält und uns auch regelmäßig damit versorgt. Und hier sehen wir schon ein paar von den Hühnern. Hallo erstmal. Und dann macht sie natürlich mit EM und Terra Preta ihre Hühnerhaltung und das wollen wir sie heute fragen. Hallo Sandra. Hallihallo. So, dass du auch im ganzen Bild bist. Ich muss einen Schritt zurück. Machen wir ruhig. Genau. Also Hühnerhaltung mit EM und Terra Preta. Was machst du denn mit deinen Hühnern, dass die Eier immer so lecker sind? Beim Futter los, dass ich Brot einweiche zum Beispiel oder Haferflocken einweiche. Immer wenn ich das tue, mache ich natürlich auch einen Schucker EM mit rein und mache auch einen Löffel Zeolit mit rein. Das Zeolit hilft den Hühnern bei der Mauser, dass die Federn schöner kommen, die alten Federn leichter abgestoßen werden. Es ist sehr viel Silizium drin und das ist generell gut für die Gesundheit. Das EM hat natürlich den Vorteil, dass die Verdauung von den Hühnern auch sehr gut funktioniert. Und auch der Mist nicht so doll riecht, wie man es von einem anderen Hühnerstall kennt. Ja, und du machst dann eine Mischung aus, was sehe ich hier, Hafer, Küchenabfälle und dann schlucke EM rein. Die normale Mischung ist so, dass ich ein paar Haferflocken habe, wahlweise noch irgendwelche Küchenreste, also ein paar Kartoffelschalen sind oft über oder ein paar Nudeln. Meine Mama macht gerne Eintöpfe, wenn davon was über ist, kommt das noch mit rein. Das Ganze weichen wir dann mit dem Wasser ein und machen so einen guten Schucker-EM. Ich habe 27 Hühner, also das kann man ruhig rein machen und auch einen Löffel Zeolitierwitz mit rein. Genau, so einen gehäuften Löffel. Das Ganze lasse ich dann stehen, das mache ich meistens morgens schon zurecht, lasse sie stehen und abends kriegen die Hühner dann ihr Goodie vorm Zu-Bett-Gehen. Alles klar. Für den Videoblog, für den Triaterra-Blog muss ich noch dazu sagen, dass wir diese Produkte nicht als direkt Futtermittel verkaufen. Also wer die Futtermittel-Varianten davon haben will, die sind etwas teurer, der kann sich dann nochmal mit uns in Kontakt setzen. Also Triaterra-Aktiv und Zeolit werden alle für den Boden verkauft von uns. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Hühnerstall und gucken, ob das Ganze mal funktioniert. Ich schwenke mal kurz auf die Hühner. Genau, willst du nicht einen Schnitt machen zwischendurch? Nein, alles roh. Da sind sie, die schönen Hühner und der wunderschöne Hof von Sandra. Jetzt aber noch im ganz frühen Frühling. Es ist noch nicht mal die Bäume ausgeschlagen so richtig. Da können die rumlaufen und sich wohlfühlen im Kompost kratzen. Nur auf die Straße dürfen sie nicht, was sie manchmal trotzdem tun. Das kann man noch erkennen. Gut. So, wenn ich den Hühnerstall sauber mache, tue ich das alte Stroh auf den Kompost. Und auch das wird selbstverständlich wieder mit Triaterra Streu und mit EM behandelt. So verstoppt es mir nicht den Kompost, weil Stroh braucht eine Weile, bis es da geht und es entfällt dieses ganze Umsetzen. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich den Hühnerstall komplett mit einer Mischung aus EM und Wasser, Mischung ungefähr 1 zu 200, aussprühe. Genau. Da hast du doch mehr EM drin. So, dass... 1 zu 10 machst du oder so, ne? Ja, ich bin da großzügig. Ich sitze ja an der Quelle. 1 zu 200 ist auch ein bisschen wenig. 1 zu 10 wäre die normale Dose. Also, dann 1 zu 10. 1 zu 10. Also, dann sprühe ich den Hühnerstall komplett mit einer Mischung EM und Wasser 1 zu 10 aus. Alle Wände, alle Hölzer, den Boden. Alles. Komplett. Alles wird mit EM. Besprüht. Ich stehe übrigens drin. Ich weiß nicht, wie oft die Hühner jetzt in diesem Stall sind, aber es riecht absolut nicht. Es ist total frisch. Genau. So ist es auch. Ich habe auch keine Fliegen im Stall. Also, das ist auch im Hochsommer nicht. Jetzt ist es natürlich noch nicht Hochsommer. Aber selbst im Hochsommer sind, wenn man das macht mit der Streu und mit dem EM, keine Fliegen im Stall. Genau. Besonders die Sitzstangen, weil da sitzen sie abends mit ihren Füßen. Also, das ist ja eine der wesentlichsten Wirkungen von EM, dass die Gerüche, wenn man das halbwegs regelmäßig sprüht, komplett weg sind. Ich mache das tatsächlich nach jedem Mal sauber machen. Wie oft machst du sauber? Alle zwei Wochen. Alles klar. Alles klar. Genau. So. Dann haben wir das. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich einen auf dem Fußboden... Ich komme gleich wieder in. Die Hühner sitzen nachts im Stall auf den Stangen. Und da hat man natürlich gerade unter den Sitzstangen sehr viel Hühnermist. Um den schon dementsprechend aufzubearbeiten, verteile ich nach dem Saubermachen, an den Stellen, wo ich genau weiß, da fällt der Hühnermist auch hin, die Triathera Streu. Die bearbeitet und behandelt den Hühnermist schon vor. Und die verteile ich also da großzügig, sodass ich nachher teilweise auch gar keinen wirklichen Hühnermist mehr habe, sondern tatsächlich schon eine Erde beim nächsten Mal ausmisten. Triathera Streu ist eine Mischung aus Holzkohle, Gesteinsmehlen, verschiedenen und Mikroorganismen. Ganz viel drin Mikroorganismen. 18 Euro, 10 Liter Beutel normalerweise. Und das macht aus dem Mist, der hier runterfällt, quasi beschleunigt Terrapreta. Schon im Stall. Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Was man nicht verhindern kann bei Hühnern, also ohne chemische Keule, sind Hühnermilben. Das sind Blutsauger. Die setzen sich im Gefieder fest und so. Die übernachten unter den Sitzstangen. Gerne. In den Gegenden gehen nachts an die Hühner ran, saugen Blut und gehen dann wieder zurück. Für den Zweck nehme ich gerne irgendeinen Pulver. Du hast früher Zeolit genommen. Genau. Ich habe eigentlich Zeolit genommen. Und jetzt haben wir ja noch das Neues im Shop, was da mindestens genauso gut funktionieren wird oder besser funktionieren wird. Das ist das Kieselalgenpulver. Genau. Das ist noch staubiger und noch trockener. Hohle ich jetzt mal schnell und zeige, wie ich das da drunter mache. Alles klar. Werde geht's? Das Kieselalgenerde gibt es bei uns in verschiedenen Abpackungsformen. Ich habe den Eimer jetzt hier. Und dann nehme ich einfach immer eine Handvoll und tue das unter die Stangen drunter spritzen. Genau. Das ist so fein gemahlen, dass die Milben quasi daran ersticken. Und man muss tatsächlich auch bloß die Stellen, wo man weiß, dass die da sitzen, so ein bisschen einstolben. Und dann haben die Hühner es deutlich leichter. Ansonsten sind sie sich die ganze Zeit am Jucken. Der Blutverlust jede Nacht ist natürlich auch nicht gesund. Und das ist bis jetzt, also Chemie wollen wir nicht. Das ist das Mittel meiner Wahl, damit es meinen Hühnern gut geht. Ja. Genau. Und das funktioniert super gut. Wenn ich das alles gemacht habe, EM gesprüht, Terapreta verteilt, die Sitzstangen behandelt, dann nehme ich frisches Stroh und streue einfach wieder komplett ein. Und dann haben die Jucken. Hühner wieder ein wunderschönes, neues, frisches Zuhause. Und sie danken mir das mit ganz vielen Eiern. Wunderbar. Und ich darf sagen, dass die Eier von ganz vielen begehrt sind, mir inklusive. Ich esse sie also auch jeden Tag. Und zu Ostern muss man die nicht mal färben. Nein. Sie sehen schon von vornherein bunt aus. Ja. Ja. Also das ist Hühnerhaltung mit EM und Terapreta. Ein bisschen Triathera-Streu unten in den Mist rein beim Neueinstreuen. Mit EM regelmäßig aussprühen, 1 zu 10 verdünnt. Und idealerweise EM Futtermittel ins Futter und EM eventuell Zeolit. Ja. Hier für die Milben beziehungsweise neu, die noch wirksamer, diese Diatomäenerde, das Kielalgenpulver. Und jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Hochpäte, die dann deinen schönen Terapreta-Hühnermist-Bukashi abkriegen. Ja. Den Schutz muss ich drüber machen, weil die Hühner da sonst reingehen und den ganzen Salat und den Kohlrabi und alles, was jetzt schon drin ist, wieder ausscharren. Genau. Und so sieht das dann aus. Also wir haben jetzt im kalten Mecklenburg, Ende, na Mitte April, du hast schon angefangen ein bisschen mit Salat. Das ist eine wunderschöne Erde. Sehe ich da, hast du Zwiebeln gemischt. Genau, Zwiebeln habe ich schon gesteckt. Also hier kommt dann der schöne Hühnermist-Bukashi rein. Und du hast nicht nur zwei Hochpäte, du hast noch vier mehr mindestens, ne? Mindestens. Oder es werden noch mehr, wenn ich das richtig verstehe. Also wird nur noch mit Hochpäten gearbeitet, weil es so schön ist. Praktisch ist und deutlich höhere Ernten bringt. Okay. Dann herzlichen Dank, Sander, dass wir deinen Hof sehen durften. Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.